Hi, ich bin der Dominik, ich bin 25 Jahre alt und mache eine dreijährige Ausbildung als Automatenfachmann-Mechatroniker. Die Ausbildung habe ich in einem anderen Unternehmen begonnen, in der Casino-Branche. Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe und bevor ich abbreche, habe ich mich entschieden, den Betrieb zu wechseln. So bin ich zu Silav gekommen. Und da habe ich erst gemerkt, wie vielseitig eigentlich der Beruf ist. Jetzt habe ich auch das Gefühl, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dass ich meinen Beruf auch beherrsche. Wenn ich mal nicht weiter weiß, brauche ich keine Angst davor haben, meinen Ausbilder um Hilfe zu bitten. Er nimmt sich auch genügend Zeit für mich, selbst wenn er im Vollstress ist. Neben meinem Ausbilder habe ich auch noch viele andere Ansprechpartner, die mir bei Problemen helfen.